Musik Das Auto aus Knoll wurde 1977 als Einzelunternehmen von Fritz und Christine Knoll in Langenwang gegründet. 1998 in eine GmbH umgewandelt und als Familienbetrieb von beiden Kindern Fritz Knoll Junior und Evelin Knoll Kurzmann weitergeführt. Sohn Fritz in Kapfenberg und Evelin Knoll Kurzmann mit Senior Knoll als Unterstützung in Langenwang. Und sie sind mit den Automarken Hyundai, Mitsubishi, Seat und Suzuki in den Bezirken Mürzzuschlag und Bruck an der Mur und auch darüber hinaus sehr erfolgreich. Das Autohaus in Langenwang und Kapfenberg präsentiert die neuesten Sommermodelle 2010. Stolz zeigt uns Senior Chef Knoll den neuen Seat Ibiza Kombi in mehreren Farben und Ausstattungen lagern. Jetzt noch zum Einführungspreis ab 12.850 Euro. Oder die neuen Chili Modelle bei Leon und Altea mit den neuen DSi Motoren. Ganz heiß der neue Seat Alhambra Österreich Premiere August 2010 schon jetzt bestellen mit Frühbucher Bonus bei Autohaus Knoll in Langenwang und Kapfenberg. Und was gibt es Neues bei Hyundai? Die neuen i30 Facelift Modelle auch als Kombi prompt lieferbar. Besonders preiswert die neuen Europa Modelle von Hyundai als Benziner und Diesel mit 90 PS mit 5 Sterne Sicherheit, 5 Jahre Neuwagen Garantie, 5 Liter Verbrauch auf 100 Kilometer. Jetzt mit Umweltbonus, 1000 Euro bei Gebrauchteintausch ab 12.990 Euro. Wir laden Sie ein zu einer Probefahrt. Weiters gibt es noch einige X35 SUV Modelle 2WD und 4WD bei Knoll prompt lieferbar. Obwohl aufgrund großer Nachfrage die Lieferzeiten bereits bis ins nächste Jahr reichen. Wir freuen uns auf Ihr Kommen, Ihr Hyundai Händler Autohaus Knoll in Langenwang. Seit über 30 Jahre Suzuki bei Autohaus Knoll in Langenwang und Kapfenberg. Jetzt Big Deal Bonus bei allen Swift Modellen 2WD. Preisvorteil 2400 Euro bei Kauf eines Suzuki Swift 2WD. Weiters große Auswahl an Allradmodellen Benziner und Diesel. Best Preis für Ihren Suzuki 4WD Eintauschwagen. Der nächste Winter kommt sicher. Und ehrlich, wie oft hätten Sie sich im Vergangenen einen Allrad gewünscht? Suzuki Knoll in Langenwang und Kapfenberg. Eine Probefahrt wird Sie überzeugen. Soll es ein werkstattgeprüfter Gebrauchter sein, dann ist Knoll ebenfalls der ideale Ansprechpartner. Kompetente Fachleute sorgen für gewissenhaftes Service, für Blechschäden oder sonstige Reparaturen ist Autohaus Knoll ebenfalls Ihr verlässlicher Partner. Hyundai, Mitsubishi, Seat, Suzuki. Autohaus Knoll in Langenwang und Kapfenberg. Und wie heißt es so schön? Mit uns fahren Sie am besten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017